Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Geblitzt worden? Na und? Heutzutage werden Sie an allen Ecken und Enden aufgestellt und eingesetzt. Die typischen Blitzer fallen. Je leerer die kommunalen Kassen, desto voller der Einsatz, wenn es darum geht, selbst eine harmlose Tempoüberschreitung von 5 kmh über dem Limit zum Anlass zu nehmen, Ihnen als Autofahrer das letzte Hemd zu nehmen. Wobei Sie dann noch von Glück reden können, denn wenn Ihnen das zwei- oder dreimal passiert ist, kann Ihr Flensburg-Konto schon so weit voll sein, dass man Sie rigoros aus dem Verkehr zieht. Ja, die freie Fahrt für freie Bürger ist längst zum Mythos geworden. Die Blitzerfallern lauern heute überall. Daran können Sie nichts ändern. Ändern können Sie aber den Automatismus, mit dem der Staat anschließend bei Ihnen die Hand aufhält. Lesen Sie diesen genialen Ratgeber namens Blitzen ohne Punkte. Denn hier ist der Titel wirklich Programm. Obwohl Sie in eine Blitzerfalle geraten sind und obwohl sogar ein Blitzerfoto von Ihnen vorliegt, werden Sie es mit diesem Wissen schaffen, ohne Bußgeld aus der Nummer rauszukommen. Und erst recht brauchen Sie keine Punkte mehr zu fürchten. Und auch die Sache mit dem drohenden Fahrverbot hat sich ein für allemal erledigt. Eins müssen Sie wissen. Seit Mai 2014 gilt in Deutschland ein neuer und strengerer Verkehrsbußgeldkatalog. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute, auch dieser neue Katalog bietet noch so einige Schlupflöcher, die die Gesetzgeber übersehen haben. Zwei erfahrene und ausgebildete Juristen, der eine rechts, der andere Staatsanwalt, haben anfänglich mehr zum Spaß mal ihre Köpfe zusammengesteckt, um zu überlegen, wie man trotz dieses Katalogs mit heiler Haut davonkommt. Wenn man in einem Blitzerfalle gerast ist und sogar noch ein Blitzerfoto vom Übeltäter vorliegt. Aus diesem Spaß wurde rasch ernst. Denn die beiden schlauen Köpfe fanden tatsächlich ein Schlupfloch für Schlitzohen. Ja, ob Sie es nun glauben oder nicht, obwohl Sie in die Radarfalle gerauscht sind und diese Geschwindigkeitsübertretung sogar durch ein Blitzerfoto dokumentiert worden ist, können Sie straffrei aus dieser Sache wieder herauskommen. Sie müssen nur einen ganz bestimmten, aber völlig legalen Trick anwenden, den, mit Verlaub, die allermeisten normalen Rechtsanwälte überhaupt nicht kennen. Fragen Sie also Ihren Hausjuristen erst gar nicht danach, sondern bestellen Sie noch heute den Ratgeber blitzen ohne Punkte. Schützen Sie sich damit rechtzeitig vor Bußgeldern, Punkten und einem im Extremfall existenzbedrohenden Führerscheinverlust. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Gehen Sie sich damit um den Ratgeberlauern. Gehen Sie sich damit um den Ratgeberlauern. Gehen Sie sich damit um den Ratgeberlauern. Gehen Sie sich damit um den Ratgeberlauern.